Unser Wald ist Klimaschützer. Das kann ich im wahrsten Sinne des Wortes bestätigen, denn ich lebe im Wald. Mein Mann ist Förster. Ein Drittel der Fläche in Deutschland sind mit Wald bedeckt. Das wird in vielen Sonntagsreden erwähnt. Zur Wahrheit gehört, dieser Wald braucht Hilfe. Insbesondere die Waldeigentümer, die sich überfordert sehen nach Stürmen, nach Dürre und durch den Borkenkäfer. Deshalb haben wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion dafür gesorgt, dass zusätzliche Mittel eingestellt werden und dass es Hilfe zur Selbsthilfe in der Fläche geben wird. Aber das alleine reicht nicht. Die Gesellschaft muss anerkennen, dass die CO2-Bindungsleistung, die Leistungen, die der Wald bringt, als Erholungsraum, als grüne Lunge, aber auch als Arbeits- und Wirtschaftsraum endlich honoriert werden müssen. Denn unser Wald sind wir alle.